Hallo zusammen, hier ist wieder Oachala und heute bin ich wieder für euch in Battle for Assets unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute drei BFA Achievements vorstellen, die man bereits im Pre-Patch einmal spielen kann. Also sprich, wem es jetzt auch im Pre-Patch ein bisschen langweilig wird, der aber nicht so genau weiß, was er tun soll, den könnte das jetzt sicher interessieren. Und zwar sind diese Achievements alle unter Spieler gegen Spieler und Welt zu finden. Und zwar habe ich auch zwei schon absolviert, einmal Brüder im Kampf, Kopfgeldjagd und das letzte ist hier unten Kriegsversorgt. Und was wir für das machen müssen, werde ich euch jetzt mal erläutern. Als allererste solltet ihr einmal den War-Mode anmachen. Und zwar geht ihr dazu einmal hier auf eure Talente und klickt hier unten den War-Mode an. Das geht nur in den Hauptstädten, als Allianzler in Sturmwind und als Hordler in Ugrima. Ja, sobald ihr das anhabt, könnt ihr quasi die folgenden Achievements einmal abarbeiten. Das erste, was wir haben, ist Brüder im Kampf. Für dieses müsst ihr, wie gesagt, den War-Mode erst mal anmachen und dann einen ehrenhaften Sieg in einer 2-5-Mann-Gruppe, ja, quasi erhalten. Das kriegt ihr eigentlich überall, das ist jetzt nicht auf irgendeine Zone oder irgendwas gebunden. Ehrenhafter Sieg ist das leichteste an der Geschichte. Wie gesagt, in einer 2-5-Mann-Gruppe sollte der sein, sonst zählt es nicht. Das zweite ist eine Elite-World-Quest, die wir machen müssen. Eine seltene Elite-World-Quest, das wird jetzt noch gleich sehr relevant. Ich kann euch mal zeigen, was eine Elite-World-Quest ist. Das hier ist eine Elite-World-Quest, weil dieser Drachen außenrum ist. Ich habe etwa 5-6 in der Gruppe gemacht, das hat nicht gezählt. Ich habe herausgefunden, eine Elite-World-Quest ist, ne, eine seltene Elite-World-Quest ist eine World-Quest, die bedingt, dass man einen seltenen Gegner umhaut und ein seltener Gegner ist ein Ra-Gegner. Das heißt, einen mit silbernen Drachenrum. Klingt logisch, wusste ich nicht und habe einen Haufen gemacht und habe mich geärgert, warum der Scheiß backt, ja. Zum Beispiel hier diese Wache, die ich dann ursprünglich dann umgehauen hatte, ist ein Rare-Mob und wenn die World-Quest offen ist, dann kriegt er es. Wenn der Typ nur ganz normale Elite ist, kriegt er nichts. Auch hier unten, das hier müsst ihr so Phalcosaurier umhauen, da ist keiner Rare von denen, zählt auch nicht, ne. Also nur so, by the way, es sind immer nicht viele von diesen Elite-World-Quests, die selten sind, ab, also da ein bisschen aufpassen. Genau, das ist aber auch ziemlich easy. Die anderen beiden Sachen, die ihr hier besorgen müsst, ein Spielerkopfgeld und diese Kriegsvorräte, die könnt ihr beide nur hier an der Dunkelküste einmal machen. Und zwar, wie gesagt, müsst ihr dazu einmal das Pre-Event spielen, diesen Krieg der Dornen. Dann könnt ihr in SW, beziehungsweise in, naja, ich glaube bei Sylvanas in Unterstadt geht er als Hordler los und da einfach einmal annehmen. Und diese Questreihe durchspielen dauert eine halbe Stunde. Mit jedem Twink könnt ihr übrigens dann das Event skippen, habe ich aber auch schon mal in einem Video gezeigt. Genau, sobald ihr das gemacht habt und hier seid, kriegt ihr nämlich diesen Buff, Soldat der Allianz. Den werdet übrigens auf Kulotiras, beziehungsweise Zandala auch dann abhaben, wenn ihr den War-Mode anhabt. Und dort könnt ihr es dann auch machen, aber wie gesagt, wir wollen es ja jetzt schon mal im Pre-Patch machen, um das Ding schon mal wegzuklatschen. Wie funktioniert das dann? Und zwar, ähm, gehen wir als erstes das mit dem Spielerkopfgeld ein. Wenn jemand, hier Soldat der Allianz, diesen Buff hat, also sprich im War-Mode hier ist und 10 gegnerische Spieler umgehauen hat, dann bekommt ihr einen Buff, der heißt Allianz-Attentäter, beziehungsweise Horden-Attentäter bei der Horde. Und sobald man den hat, hat man eine Chance, dass ein Kopfgeld auf einen ausgesetzt wird. Dann kriegt man nämlich hier einen Debuff. Das scheint mir relativ random zu sein. Man muss auf jeden Fall eine Weile überleben mit diesem Buff und vielleicht auch noch mehr Gegner töten und kriegt dann irgendwann dieses Kopfgeld. Wenn dieses Kopfgeld ausgesetzt wurde, kriegt man einen Debuff. Und mit diesem Debuff macht man, glaube ich, mehr Schaden und solche Sachen. Also es ist ganz praktisch. Bloß, man kann nicht mehr auf den Flugmond aufsteigen, was nachteilig ist. Wenn man so einen Spieler von einer anderen Fraktion tötet, auf dem Kopfgeld ausgesetzt ist, ihr seht hier auch, den sieht man relativ schön auf der Karte, egal wo er hinläuft, wird da angezeigt. Und dann droppt er so ein kleines Säckchen. Und wenn man das Säckchen lootet, während man in einer 2-5-Mann-Gruppe ist, ich habe das übrigens gelootet, wo ich den Fortschritt gekriegt habe, wo ich in einem Raid war mit 40 Leuten, das hat trotzdem gezählt, ja. Dann hat man auch das quasi einmal abgeschlossen. Es gibt hier oben das andere Achievement mit Kopfgeld, Jäger. Da muss man einfach 10 von diesen Säcken looten, ja. Das ist das Gleiche, bloß muss man da 10 Säcke looten. So, dann kommen wir zum Letzten noch. Und zwar plündert diese Kiste mit Kriegsvorräten. Es funktioniert so, dass ein Flugzeug alle, ich glaube 20 Minuten sind es, über das Gebiet hier drüber fliegt, und zwar von Norden nach Süden. Und dieses Flugzeug wirft eine Kiste ab. Das ist relativ random, wo es das abwirft. Es sind ein paar feste Spots, die quasi an dieser geraden Route von Norden nach Süden diese Kiste abwirft. Und diese Kiste wird mit einem Fallschirm abgeworfen, die relativ langsam nach unten fällt. Und wenn die den Boden erreicht, dann ist das eine neutrale Kiste. Und jeder kann diese Kiste anklicken, quasi, ja. Und dementsprechend gibt es noch ein anderes Achievement, dieses Kriegsversorgt. Und für die muss man quasi diese Kiste als allererstes anklicken. Und wenn ein Allianz-Lady anklickt, wird die für die Allianz geflaggt. Und wenn ein Hordler die als erstes durchflaggt, dann ist es für die Horde geflaggt. Und dann hat man im Moment Zeit, dass die Fraktion die Kiste looten kann. Da kommt ein 210er-Item raus. Das kann auch hochrollen auf 255, glaube ich, Maximum 260, irgendwie sowas. Wenn man natürlich Lack hat. Und für Kriegsversorgt muss man derjenige sein, der die Kiste für die Fraktion flaggt. Also sprich, der allererste, der den Cast durchkriegt. Also sprich, selbst wenn man 40 Leute von der gleichen Fraktion hat, die da draufklickt, muss man halt der Erste sein. Das ist ziemlich schwierig, das zu bekommen. Deswegen habe ich das auch noch nicht. Und das andere, Brüder im Kampf, dieses Unterachievement, muss man nur die Kiste looten, wenn sie für die eigene Fraktion umgefleckt ist. Heißt, sind da 40 Allianz-Spieler und 30 Hordler. Die Allianz-Spieler hauen die Horde um. Einer schafft es, es umzuflecken. Dann bekommt der Umfleck-Typ kriegsversorgt. Und alle anderen, die einfach in die Kiste rein looten, ja, also dann quasi den normalen Loot bekommen, der bekommt dann quasi hier dieses Unterachievement, was wie gesagt leichter ist. Und deswegen habe ich das auch schon einmal erwirtschaftet. Heißt, um alle Achievements hier kriegen zu können, muss man erst quasi einen ehrenhaften Sieg, kriegt man hier sowieso. Eine seltene Elite-World-Quest schafft man auch easy. Dann braucht man zehn Spieler-Kopfgelder, eins für das hier und neun weitere dann für den Dings. Ist ein bisschen tricky, muss man hier ein bisschen PvP machen. Und das Letzte ist dann quasi einmal als erstes eine Kiste reinflecken, um Kriegsversorgt zu kriegen. Und dann kann man sie auch gleich looten und kriegt quasi für Brüder im Kampf auch den letzten Unterfortschritt und hat auch das fertig. Ist jetzt alles nicht so das Drama. Das mit der Kiste ist ein bisschen spielrig. Vielleicht schaut man erst mal auf dem Server ist, wo nicht so sonderlich viele Leute unterwegs sind. Und dass man vielleicht möglichst das zu einer Uhrzeit macht, wo nicht so viele da sind. Wie gesagt, etwa 20 Minuten dauert es, dass die Kiste wieder neu spawnt oder das Flugzeug kommt und diese Kiste abwirft. Und da geiern halt alle drauf. Man sieht das relativ gut. Ja, das war es an Achievements. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein wenig weiterhelfen. Schreibt mir gerne mal vielleicht ein paar Ticks und Tipps rein, wie ihr das vielleicht alles ein bisschen zügig gemacht habt. Ich farm ja gerade auch meine Ehre in diesen Dingsgruppen. Das kann ich jetzt auch hier mal zeigen, wo es im Forum schon ein bisschen eine Diskussion drüber gab, ob das zu gut zu heißen ist oder ob das nicht gut zu heißen ist. Da werde ich aber, denke ich mal, noch ein eigenes Video machen. Und da kann man sich dann da dementsprechend nochmal ein bisschen zu auslassen. Beziehungsweise ich werde das dann auch nochmal erklären, wie wir das mit dem Ehrefarmen genau machen. Gut, das war es mit dem Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Euer Tilla. Bis zum nächsten Mal. Ciao.